Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario World 2 Yoshi's Island. Weiter geht's mit Level 36. Los geht's! Wenn ihr jetzt irgendwelche Windgeräusche oder Nebengeräusche hört, heute ist tierisches Unwetter und das hört man. Gut, vielleicht hört ihr es doch gar nicht. Wäre ja auch nicht schlecht. Aber ich muss die Gelegenheit nutzen, denn wir haben Hochsommer und es ist mal schön, wenn es mal ordentlich stürmt und schüttet da draußen. Und einfach mal die Gelegenheit nutzen, die Fenster aufzureißen. Ob ich das hinterher bereuen werde, werden wir sehen. Eine Höhle. Der Soundtrack ist so schön. Da ist ein Blübchen. Ah, hier gibt es einen Igel. Hier wird stachelig. Eine Treppe, das ist wunderbar. Ein Igel. Tschüss. Fühlst du dich einfach bedroht? Du kleiner Igelmann. So. Autsch. Qua, qua. Haha. So, komm schon. Und schon. Gut. Tum, tum, tum. Ah, Mäuschen. Und noch mehr Igel. Oh Gott. Müssen wir das wirklich machen? Äh. Oh, tschüss. Okay, da komme ich so gar nicht lang. Tütteln. Tütteln. So, da lang hier hoch. Dann den Nippel durch die Lasche ziehen. Das könnte hier der Rückweg sein. Steinchen, 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 Steinchen. Natürlich. So. Na, wer sagt denn, dass die Pulle kein Loch hat? Der Basti. Schieb, jaschee. Jawohl. Na, ist das nicht cool? Dum, 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 dum. Sup. Oha. Blümchen, ahoi. Ein Sonnenblümchen. Oh, wie süß. Oh, hier können wir ein bisschen... Aha. Maulwurf. Okidoki. Okidoki. Du, Ola. Och Gott. Hast du mal wieder eine scheiß Steuerung? Na, es wird nichts. Schade, Marmelade. Das müssen wir nochmal probieren. Oder? Ja. Ja. Okidoki geht schon davon aus, dass man es Minimum einmal nicht schafft. Okidoki. Auf ein neues. Kommt mal. Jetzt klappt's. Lol. Na gut. Ah, das hätten wir gar nicht machen müssen. Oder? Geister. Doch, hier müssen wir lang. Oh, Leute. Wenn ihr das sehen könntet. Wie es gerade vor meinem Fenster stürmt. Und wie tausende von Liter Wasser runterkommen. Hahaha. Da ich würde es auch bestimmt tierisch gewittern. Allerdings hoffe ich jetzt nicht auf einen Stromausfall. Denn das wäre echt schade, wenn wir diese wundervolle Aufnahme total im Eimer. Oh, und hier gibt's Münzen. Boah, und Leben, Leute. Blümchen. Wow. Und Absturz. Hahaha. Hatten wir einen Checkpoint? Müssen wir jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen? Ne, Gott. Mann, ihr glaubt gar nicht, wie schön die Luft gerade ist. Der Sommer hat's aber auch mal wieder in sich. Na, na, na. Wer wird denn hier meine Eierchen mopsen? Weg hier. Komm. Dann auf ein neues. Ich sag dir mal so, solange wir jetzt hier diese Münzen einsammeln, kann es ja nun lebentechnisch gar nichts passieren. Es sei denn, der Basti fällt wieder da runter. So. Hui. Das war wieder mal Knapikowski. Aber wir haben's geschafft. Wow, wow, wow. Habe ich euch den Po verbrannt? Den Arsch. So. Nein. Ja. Es ist toll, wenn das Baby weiß Gott, wo hinfliegt. Okay. Müssen wir bloß noch schauen, wo hier der Ausgang ist. Ist das ein langer Level, Leute. Wo ist hier der Ausgang? Okay, jetzt sind wir hier wieder. Hm. Merkwürdig. Man muss ein bisschen verlaufen. Na, das gehen wir schon hin. Ne, dich will ich eigentlich gar nicht. Äh, es bringt gar nichts, oder? Nö. Du, 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 du. Ne, wir müssen da jetzt dann wohl doch lang. Ach, schade. Alles doppelt. Nur, weil ich den richtigen Weg nicht finde. Tja. So ist das halt. Di, 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 di. Grab dich, Yoshi. Grabe dich. Das hätte man uns doch geschenken können. So. Geh lang. Aber wir müssen nach oben bleiben, warte. Kann das sein? Ah, was ist das hier für ein Scheiß? Oh, ist diesen Scheiß Schlüssel, oder was? Ach, komm. Ach. Werf ich. So. Jetzt bleiben wir mal hier. Äh, hier oben. Jetzt versuchen wir das mal. So. Nein, da oben muss ich hin. Wollen wir wetten? Okay. Wenn ihr jetzt großes, lautes Knallen und Getöse hört, dann ist es nicht hier im Spiel. Nein, das ist das Real Life. Ja, Leute, sowas gibt's. So. Komm schon. Das real, 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 real life. Ja, ja. Man soll bei all dem, was man tut, niemals das reale Leben vergessen, Leute. Äh, wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Leute, wo geht's hier weiter? Ich glaub, ich spinne. Mann, ich wollt nicht den ganzen Part hier in diesem Scheiß Level verbringen. Ja, komm. Oh, ist das hier tricky, Leute. Oh, ist das hier tricky, Leute. Jetzt bin ich doch ein bisschen am Verzweifeln. Wo ist der... Gottverdammter! Wurscht jetzt. Ich will... Eigentlich will ich hier nur weg. Hier oben ist was. Achso, das ist das. Okay. Das ist aber auch nix. Mama, was ist denn das für ein Scheiß? Leute? Hier ist nix. Ach, jetzt muss ich wieder diesen dummen Stein... Schau bloß ab. Ich mag so eine Rätsel-Level nicht, Leute. Ich mag sie nicht. Es muss doch hier weitergehen. Ihr könnt dann wieder sagen, was ihr wollt. hier unten. Äh, hier komme ich hoch. Ham, ham, ham. Auf jeden Fall war es nicht richtig. Ich begreif's nicht. Muss ich doch hier rein? Immer dieses nervige Baby. So, hier waren wir aber gerade schon. Sehr gerdlich. Find den Weg nicht. Kann nicht sein. Okay, liebe Freunde. Ich habe mich jetzt erkundigt, wo der Schlüssel ist. Und wir müssen tatsächlich nochmal komplett zurück. Ach, ist das ein. Wenn wir den haben, kommen wir nämlich auch ganz easy durch die Tür. Und finden dann auch das Ende. Tja. So einfach kann's gehen. Das nochmal machen. Wie gesagt, wir müssen nochmal ganz zum Anfang. Darauf muss man auch erstmal kommen, ne? So. So. Gaui. Da oben ist er. Wenn wir jetzt nur noch an dieses Scheißbaby kommen könnten. Jetzt müssen wir den nämlich... Äh, nö. Schaut ihr, da unten ist er. Da ist der gottverdammte Schlüssel. Tschüss. Müssen wir mal sehen, dass wir irgendwie... Hier hoch. Und da rauf. Und hier sind auch nochmal vier Münzen. Ach. Da ist das Objekt der Begierde. Würde ich sagen... Going into the Richtung goal. That's good, Dots. Ah, komm schon. Yoshi. Komm, ein letztes Mal, mein Freund. Ein letztes Mal. Yoshi. Super. Du, 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 du. Und weg hier, komm. Halt, ich muss hier oben lang. Nee, muss ich nicht. Muss ich ja gar nicht. Denn das Türchen ist ja hier drauf. Boah, Schwein gehabt. Gut, dass wir dann nochmal mit dem Flatterflug gut da reingekommen sind. Sonst hätten wir nochmal da oben lang müssen. Wir haben alle Blümchen gefunden. Wir haben alle Blümchen gefunden. Na, das ist ja sagenhaft. Wir machen trotzdem noch ein Level. Und kein Bonus. Da, ba, 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 ba. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Ah, zwei Münzen. Okay. Oder. Ja, ich überlieg gerade. Nee, wir machen an dieser Stelle Schluss. Machen den nächsten Part dann, wenn alles gut läuft, 3,7 und 3,8. Dann können wir schön sauber mit dem übernächsten Part dann in die vierte Welt gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.